Und herzlich willkommen zurück bei ETMC, heute eine weitere Folge Minecraft Together und zwar heute schon S2 und ich habe schon mehr Graphic Bugs. Ja, ich habe uns hier eine schöne Welt rausgesucht und mit einem schönen Berg. Darf ich sagen, gehst du Holz holen, Jamka? Ja, hallo. Genau, er hat jetzt ein Skin drin. Könnt ihr vielleicht die Setzlinge mitnehmen, weil hier sind jetzt nicht ganz viele Bäume. Ja, und mit dem Skin hat ihn vielleicht ein Fail, weil er meint, die auch so ein Ding gelöscht hat. Ja, jetzt hat er da, wie was ist drin. Aber dann hat er so lange, bis er meinen neuen Krieg ist es. Das nennt man halt Fail. Fail, doch, uuuh. Und, ich sollte mich gleich noch geopieren, oder? Ja, solltest du sowieso. Dann mache ich das gleich mal. Äh, machst du gleich mal. Alter, wie viel Hunger ich schon hab. Lol. Ja, das geht irgendwie schneller, hast du vielleicht die Kulti zu hoch? 1, reicht dir das als Antwort? Äh, ja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt ein MCUS24, die ist aber, was hast du Gott geholt? Ne, er zieht uns. Ja, was hast du gemacht dafür? Hä, dann craftet. Achso. So, nimmst du die Setzlinge mit, hat sich ja beim David was beim letzten Untergesser auch schon gesagt. Weil ich will, wenn wir da auf dem Berg sind, ich hab mir halt schon mal anguckt, da will ich aber jetzt nicht jedes Mal runterrennen. Und, äh, Frage, somit im Berg oder oben draufbauen? Ja, auf dem Berg. Nee, wir machen... Ach, du Wolken an? Ja, hab ich. Mach die mal aus. Nein. Doch, weil wenn wir oben sind, musst du durch die Wolken durch, hab ich bei mir extra ausgemacht. Und was weiß, ich wollte im Berg bauen und das war halt hier im Berg schon mal Haus an sich haben. Und das dann halt oben irgendwie auch irgendwas noch kommt, wie zum Beispiel Mobfall und so. Äh, ja. Wo bist du? Ähm, wie du steht im TKMC School? Äh, Automatisch. Und ich wollte gerade erst... Hier ist irgendwo ein Monster. Genau. Wir haben helligsten Tag. Ja, ich bin auch in der Höhle, unsterweise. Ja, kommst du dann vielleicht den Ton ausmachen oder Kopfhörer drauf? Ich hab mal keinen Ton an. Ja, da musst du auch bei mir sein. Warte, ich mach mal eben, solange die Difficulty aus. Das muss für den Anfang. Weil sonst, ich will ja noch nicht in der ersten Folge direkt verregen durch so eine Sache. Ja, und ich hab Eisen, vier Stück, fünf Stück. Jo, äh, ich krieg gleich Eisen mit ne Spitzacke erstmal. Nein, komm. Ich, komm. Ich, komm. Ich mach alles aber erstmal... Oh, was ist denn? Ja, nein, weil ich wollte doch im Berg bauen, deswegen. Ja, da brauchst du aber noch kein Eisen. Noch ne Eisen Spitzacke, weiß wie schnell Holz kaputt geht. Äh, kommst du gleich mal zu mir? Mach dir doch Stein, ich hab schon Stein. Ja, kannst du mir gleich geben, was du denn alles? So. Ja, komm mal zum Baum. Ja, ich komm zum Baum, wenn du mir noch am besten sagst, welchen? Äh, es gibt Spawn Protection. Wie Spawn Protection? Kannst du dich nicht abbauen? Nee. Gib mal her. Hä? Gib mal her. Was, ich mach nicht, Jumpicke, warte. Nein, gib mir mal deins eben, weil ich kann ja abbauen. Wie geil, ich mach dir eben eine Worte, ich bin grad faul. Im Ernst? Hm, was denn? Wie ist jetzt Schicks? Guck mal, nur da, da, da! Warte. Dann komm mal mit... Ach, du kommst mal mit, du tust. So, warte, ich kann, glaub ich mich abbauen. Jo, ich kann abbauen. Warte. Ja, ich auch, aber nicht alles. Ja, ähm, warte, weißt du, wie ich jetzt erstmal wer? Guck mal. So, ich glaub, da bist du auch so langsam für, oder? Wofür? Sachbescheid, wenn du was nicht abbauen kannst, weil du bist halt jetzt nicht OP. Ja, die... Du hast immer auf Seite. Ja, die... Oder du OPst und die G-G-G-Siechseher kommen, oder? Weil ich hatte das, man nicht alle... Nein, ich weiß, was ich immer in die Konsole rein, und guck mal eben... Sieht nicht ganz auf. Warte, Spieler, ich kann dich mal eben suchen. Jamka, weißt du, was ich machen kann? Hm. Ich könnte dich erstmal zum Benutzer machen. Oder warte. Speichern. Jetzt mach mal Slash-Gast. Hat das was gebracht? Geht nicht. Okay, schade. Gebt mir einfach eben OP, ist leichter. Ja, werde ich dir gleich noch geben, aber dann guck ich nämlich in der Konsole, weil ihr... Irgendwas mit Arce geht nämlich auch, deswegen da guck ich auch nachher Folge. Und du weißt, was klug wär, wenn man sich aufschreibt, weil man die Folge begonnen hat. Ja, ähm, ja, fang an, ich schreibe auf. Aber schon. Ich kann nicht abbauen. Das nervt mich gerade. Dein Problem, ich hab' gesagt, ich werde sie keinem OP geben. Was, was mit den Erzen? Ich hab' jetzt kriege ich kein Eisen. Ich hab' gerade Eisen gefunden und kann sich abbauen. Ja, kann ich aber gleich. Wenn ich mal eben hier erstmal die Cola abbauen kann. Scheiße. Ich kann auch nichts setzen. Das hat auch keinen Sinn mehr. Was? Ich kann auch nichts setzen. Ich komm mir nicht mehr raus. Ich komm mir nicht mehr rein. Guck hier. Ey, Alter, ich hab' dir gesagt, es wird hier keine OP haben. Ich hab' gleich auch keine OP mehr. Ich hab' mich hier nachfolge die OP. Guck. Ja, werd' ich gleich auch nicht mehr können. Ach, Mann, Cut. Dann können wir das regeln. Nein. Ja, komm' mir aber nicht mehr. Komm' mir nicht mehr dann raus oder so. Doch, ich kann noch noch, weil ich noch OP bin. Noch bin ich okay. Kommt zum Beispiel ja auch nirgends rein oder raus. Doch. Wird nachher gehen. Weil ich wollte, ich wollte gleich. Ich wollte dir gleich in der Konsole bestimmte andere Rechte geben, die sonst kein anderer machen kann. Also sowas wie ein Moderator oder so ein... Sagen wir halt Moderator und dann kannst du halt noch mehr. Eine Frage, kannst du überhaupt setzen gerade? Guck mal, ob du überhaupt setzen kannst. Da gibt's nicht mehr da. Guck mal, das gibt's nicht. Ja, ich hab' mir gar nicht. Wir haben aber kommt sogar ein bisschen mehr, eben andere, dann müsste ich die User ... Ich kann dich sogar herbeirufen, genau. und ich kann hier per Konsule Apfel und was geben 0 so Frage kannst du es jetzt nicht überall nicht mehr zurück und ganz gut wir haben in der Anker ich wurde auf jeden Fall im Berg okay er kann schon mal ich will mal in das letzte Eisen beziehungsweise kommt gleich mal in Kanzlerin das Eisen geben Kuhn ich bin gerade so viel zuerst ist es spannend ach genau ich hab ein bisschen beim Plaggen umgeschrieben bei Legendary Messages Hachstier erzählt von wegen dass er nicht gebannt werde dass da was cooles im Chat steht da ich nicht mal im Kicken nein lass es mal nein ich will mal ihm die Nachricht zeigen nein nein das können wir später machen bei Dabys Basti du wirst doch nur gekickt da ist doch nichts Schlimmes dran Arten in den Baum ab um und um ich brauche ich brauche hier aber in den Berg und sie wohnen doch zusammen oder ja klar ich meine ich bin der Wegpunkt da sind so ich würde sagen wo gehen wir im Berg rein vorne schon mal da ist nämlich schon mal so ein kleines Loch wo wir dann halt so als Eingang machen können Arno auch noch gesagt er hat noch gesagt eigentlich müsste ich dafür jetzt schon wann im Ernst ja und warum leckt das hier gerade so und trotzdem 30 FPS ab? weil du 30 FPS hast ab 60 leckst du gar nicht mehr aber bei 30 ja aber so leckt es eigentlich für den anderen Server nämlich eigentlich gar nicht hat mich gerade das Ding auch gewundert so jetzt habe ich nämlich meine gewunden 60 das ist aber hier auch nur am Spawn wo ich so wenig FPS hab ja ja das war denn er liegt jeden Tag und so an alles von uns das könnte auch dran liegen jetzt habe ich wieder knapp 60 FPS mal und wenn du es kommst die Webseite EGendieck und die Uhr findet ihr auch an die Darmlich von der S1 zu gerne und Prozent von der Rau Mopfalle auch und um ihr findet er das ist der Ort das Jahr bekommt ja heute Abend 18 Uhr habe ich ja gesagt die Folge bis dahin gibt es ja eh schon ich hab nämlich schon alles vorbereitet ich muss noch ein Screenshot dafür hochladen ja und du musst auch noch erklären wie es geht das kommt nach oben auch aber das wird eine extra Folge kommen und vor allem geht doch ganz einfach an für den Ordner reinziehen aber egal das erkläre ich danach noch so und kommt gleich mal nach Hause oder ein Künstler Schafe suchen gehen Nr. 30 1 Kratzer Konrad und Strecken weil es der Klinik mehr hat und jetzt kann jeden komisch nicht abwauen kann in die Richtung da dann dürfte ich dich jetzt aber eben tippen oder ja ich bin ja nicht da ist ein Gericht nachbauen nur weil das wird es ich habe zwar gesagt keiner kriegt OP aber jetzt für den Anfang brauchte ich nämlich um hier Skobot zu machen und natürlich ist Kacke werben am Spawnix abbauen kann könnte ich vielleicht Kohle mitbringen dann könnte ich gleich schon könnte ich mal ja ich hab 57 ich hab auch schon 23 und abbaue und vormis Eisen ja warte ich mach mir mal eben hier ein Wegpunkt und komm mal eben Wegpunkt Ho Hohe genau Home das in Blau schnarch tp ich helfe dir mal eben wohnen bei mir war das ist noch Eisen was er ist auch noch Eisen das ist ein ganzer Punkt ja und hier ist aber auch durch die Eisen Prozent Kipps hat auch ich hab grad die Werkbank zu Hause gelassen er hat gesagt dass es gibt sie gleich was ich hab dann noch eine Werkbank Ja, okay. Weil eine Picke wäre echt klug. Ja, aber ich brauche erstmal auch noch unbedingt Sachen. Also bitte gleich, warte. Wenn ich schon gefahren bin, kann ich mir auch eben Eisenrüstung machen. Nein, erstmal keine Rüstung. Erstmal jeder Equipment. Rüstung ist ja für den Anfang nicht wichtig. Ich finde nur so Eisenspitzacken für den Bergbauern schon erstmal wichtiger für den Anfang. Ja, komm, ich muss nicht mal. Nein. Weil das für den Anfang ist das Eisenverschwendung. Kommst du da mit? Ja, ich weiß, ich hab's glaub ich gefunden. Warte, ich hab mir da einen Wegpunkt gemacht. Ich bin schon da. Warte, seelisch doch, weil ich weiß, du siehst. So, ähm, eigentlich nicht erbauen. So, was tut man denn ein bisschen hier rein? Ich teile, also ich mach uns erst mal ein Equipment dafür. Und bitte schon mal die Kohle. Nichts rausnehmen, weil ich möchte halt erstmal am Anfang, dass jeder Equipment hat. So, hast du noch... Na, äh, komplette Rüstungquaten, aber okay. Erstmal ist Equipment wichtiger. Da brauchst du keine Sputzsacke und so. Hey, ich hab doch gefahren, ich kann doch eben drei rausnehmen. Aber erstmal keine Rüstung, Rüstung erstmal nicht, nicht für den Anfang direkt. Hier, warte, du kannst gleich schon mal ein bisschen in den Holzfarben gehen, warte. Hier, da ist eine Eisenachs. Ich hab voll, ich hab nicht schraub. Ich will, bitte, wir brauchen noch mehr Holz. Ich will hier die Wände, beziehungsweise den Boden, die Decke aus Holz bauen komplett. Und könnte ich jetzt das Eisen? Ich brauche noch zwei, warte. Ich brauche noch zwei. Ich hoffe, man hört meine... Eine Frage, hört man meine Tasten? Ja, hört man, hart. Ja, gut. Okay, jetzt hast du zwei Eisen. Was willst du denn machen, wenn du eine Rüstung machst? Ich sag dir, dafür gibt's einen Bann. Weil ich will erstmal für uns alle Equipment machen. Wir brauchen gleich richtig viele Spitzsacke, um mir den Berg auszuholen. Du hast... Es gibt einfach noch einen Steinpick, X. Ja, du weißt schon, dass ich bis nach oben, ich bau gleich. Und 100.000 Spitzsacken wollte ich jetzt auch nicht mitnehmen. Also hol zu Holz, bring die Setzlinge aber auch mit. Weil sonst kannst du das Holzform auch sonst holen schieben, weil ohne Setzlinge kommen wir nicht weit. Aber hier gibt's nur Akazienholz im Moment. Nee, ich hab Eiche. Ich hab schon Eichen, Setzlinge, fünf Stück. Auch Eichensetzlinge, aber die Eichensetzlinge, Bäume sind natürlich richtig wenige. Das hat keinen Sinn in dieser Region. Hä, warum ich hab das schon Setzlinge? Ja, wir können nachher welche hinsetzen. Und wenn man sie nachher abbaut, kriegt man wieder mehrere Setzlinge raus und kann wieder mehr bauen. Und um Offenberg sind auch noch viele Bäume wieder... Siegen für den Anfang reichen, die Setzlinge erst mal... so Lecker und die Folge geht ja schon zehn Minuten rund er ist ja immer wieder zu machen Lederrüstung nie sie was man ja mach erst mal was ist ich mache Köln-Kinz aus Hexel Rotten Fleisch zu Läser Matsch keine Ahnung der ganz vor Ort ist das Fleisch im Ofen tun du kommst daraus Leder ich habe mich an der Anruf und es ist nicht so wichtig ist es nahe die Hälfte in einer Art ist den Ziel auch drin dass er wenn das der richtige ist ja aber nicht die ihn nicht die mehr aber natürlich reingehen ich werde zusammen in der Folge rein naja in der Tat wenn du und an die Kisten ist ich sagte ich will das doch eine Folge machen ich bin das TNT gefallen das tc nein das tc krieg ich nachher aber erst mal wieso du kannst doch nicht alles bekommen ich will auch was haben ähm weil zufällig Anna wenn man also tc springt neun mal neun stein und dann kommen wir schneller voran und zufällig nein das sind keine Dias drin gewesen gut er trotzdem ist auch so Sachen nachfolge machen eigentlich und und die er in einer anderen Seite ich werde auch eben kommen ja das ist eine der wenigen Sachen die man in Minecraft findet ja noch so selten ja trotzdem möchte und ich weiß dass sein Tempel ist zufällig weil ich mir die Welt schon ein bisschen angeguckt habe weil zufällig ist das hier nicht der Startpunkt ja wie bist du dann da nicht sofort hin weil ich das nämlich zufällig in der Folge machen wollte wir sind gerade in der Folge ja ich wollte eine Folge mit den mit den Zuschauern rein, aber Dabi-Bas hätte jetzt dafür schon einen Band bekommen ja ich hab Zuckerrohr und Leder braucht nur noch Dias ja Dias würde ich aber bekommen weil ich wollte dann so einen schönen Mod rein machen wo man aus Dias was richtig cooles machen kann wir haben doch schon Mords drin, lass doch echt nein, wir haben keine Server Mords ja dann lass doch einen Modpack drauf machen sollen wir jetzt wieder einen Streit anfangen wieso ich hab dir schon mal mit was zu dem Modpack gesagt Na doch nicht so ein Modpack, okay ja ein eigenes ja schon klar, aber das würde ich dann erst in aber da kommen dann einzelne Mods rein also sowas wie Industrial Craft ähm ich hab nur eine Idee, also ich wär dafür, dass wir extra ein paar Queries halt so ein bisschen halt, ne? nein, keine Queries nee, die musst du auch erst betreiben mit Big React, das und das Dauer äh muss man nicht, wofür gibt es das Namst Solar Panels? äh Solar Expans? nee, es gibt in Industrial Craft auch schon Solar Panels ja, dann brauchen wir aber auch Terminal Expansion, weil bei Terminal Expansion kriegst du ähm mit EU das Doppelte raus ja, ich will ich will aber eh keine Query weil ich finde, Query ist dann jetzt ich hab dir ja gesagt, so ein zehnmal ist okay, aber jetzt nicht irgendwie so extrem sind immer Sachen kommst du nach Hause gleich? was, was für ich wäre? ja, für Tinkas Construct kennst du diesen 3x3 Hammer? äh nicht, den 3x3, doch, den 3x3 das hast du neun Blöcke direkt abbaust den Hammer will ich ja ey, was ist noch in dem Together as 1 die die richtig geile Spitzacke? ähm, welche? äh, ich mach ihn schon mal mein Handy eben lautlos machen da soll ich mal eben, na, soll ich mal eben lautlos machen, oder? ja, solltest du ich hab nur, äh, so, kommst du? ja, komm gleich, welches Ende hast du eigentlich, welches Ende hast du ein? ja, ich würde sagen, so könnte man das als Eingang machen, also zwar nicht komplett so, aber dass man sich dann hier, weißt du, weißt du, wie der Mod mit diesen Aufzügen hieß? mit was? Aufzügen, keine Ahnung ja, äh, hier aus Tektorn kennst du das? na, wir können noch nachgucken, das ist auch ein Infinity-Reiter, dann kannst du nachgucken, welche Mods das sind also ich wäre dafür, dass unbedingt, um ein Toll-Extension zu Ende I.O. reinkommen, Reconic Evolution das ist aber dann wieder es ist, weil, das hast du auch noch nicht gesagt, ich hab dann nämlich ein Projekt in Planung was man hier auf den Server auch machen kann, weil hier nämlich demnächst im nächsten Bungee draufziehen, also dass man dann hier mehrere Welten drauf machen kann dann kann man ja nein, man kann ich weiß, dass man hier ein Extra-Server ist, aber du weißt, was ich meine ja, ich wollte auf den Server dann mal zwei Gigagramm machen und dann könnte man hier zwei Projekte auf einem Server laufen lassen und dann hat man hier halt pro Server zwar ein Gigagramm, aber das ist halt immer nur ein Server an sich ja, leckt aber halt mehr, ne äh, du weißt schon, wenn ich über mein PC, da hab ich ein Gigabyte RAM zugewiesen, dann konnte ich ähm, zweimal Sky Factory zocken nicht wundern, dass das hier in der Eingangszahle erst mal so klein ist, ist ja auch nur die Eingangszahle ja, aber nicht mit allen Maschinen, weil das packt kein PC mit einem Gigabyte RAM du weißt schon, dass ich gerade mal, also ich hatte da trotzdem noch in Minecraft, 60 Gigabyte, genau 60 Gigabyte, 60 FPS das geht nicht, das ist ja klar, das geht wirklich nicht, das schafft, hierbei dran sind, das für Mannschaft zugewiesen und für den Server, hier hat es eigentlich, das hat meine Hechter gepackt das kann kein Rechner packen, das ist ja klar doch, weißt du, warum? ne, er kann sich krachen doch ja, doch, wenn du meinst, wenn du meinst, wenn du über DB anlaufen lässt, was 24 Gigabyte hat ich glaube, ich sag dir mal lieber meinen Trick nicht Z-Nachrichten, wie... Scheiß, ich brenne wenn du verbrennst, werde ich wütend, das weißt du hoffentlich ich hab keine 21 Eisen, keine Effizienz, 5 Buchen, keine 12 Eisen, Baren im Inventar und Eisen, Erze, 21, nein, und auch keine 9 Gold wo bist du denn? Hülle also dann kann ich dir nicht helfen ähm, Holz wär gut, glaub ich, schonmal ich hab Holz äh, Eichnolz Eichnolz, ja gut, dann komm gleich mal nach Hause ich hab Eichnolz ja, dann komm doch jetzt mal ja, ich kann grad nicht ja, ich will aber die Folge beenden ja, dann musst du halt nicht auf uns wünschen, tschüss nein, 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 ich kann aber wirklich nicht, ich bin grad am Verbrennen und hab Eisen gefunden ich könnte jetzt kommen, ich muss die Peen dürfte aber auch sonst hab ich dir schon mal was dazu gesagt dass es dafür sowas zum Beispiel gibt du kannst wieder rein, wenn... ja, mach ich schon grad ja, weil ich ich hab die Schmaß zum Tipping gesagt ich werd mich hier gleich auch... ja, ich kann das eh nicht, also noch gehen ja, jetzt ich tippee nicht, aber ne, ich sollte mich nicht zu dir tippen ja, am Karat 22 so komm, komm ins Haus hier, guck mal, das hier ist die Eingangshalle von hier werden dann zwei Wege abgehen eins, ein Weg nach da und einer nach da danke äh, was denn? äh, was denn? ja, ich spring mal eben hoch ganz grad nicht ich glaubte grad die ganze ganze Sachen hier in beiden naja, äh, ja, klar ich sag mal aber grad nix eines ist schon mal aufgefallen ich hab die grad auch nicht mein Crap auch hinzu geworfen, ne? ich weiß... ach gut, das Wichtigste wird's mir auch hin äh, ich wollte gleich zwar ne Kiste machen, aber... hallo, ich wollte gleich ne Kiste machen ja dann hör doch jetzt erstmal auf ja, aber ich hab grad mein Crap auch voll ich muss das eh eher machen boah, ich wollte... alter, ne... das reicht's tschüss, hopp hau ab ich wollte gleich in Ruhr ne Kiste bauen noch kurz hier reinstellen ich hab gleich ne Kiste machen, warte doch jetzt erstmal ja boah, da wie ich sagen, mal erstmal diese Folge erst mal diese Folge äh, komm mal aus dem Haus raus, boah nein, 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 nicht zu viel Spoilern wenn wir schon ein Screen-Shot machen, dann machen wir hier damit wir nicht zu viel Spoilern komm her ja, ja, hier... warte, ich weiß, wo ich lauf grad nur in der 5 warte so na unten gucken, na unten gucken genau warte Schwer... Schwer aus der Hand, sonst sieht man dich nicht jetzt hör mal eben auf so jetzt guck wieder runter darf ich sagen dann sie... alter au ich hab dich immer 5 geschlagen boah, was baust du da für ne Scheiße, alter du bist manchmal... du bist grad noch schlimmer sorry, ich musste sein Alter 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 du du weißt... wo hast der mit Nikkei, das ist in die Schweizer du hattest auch noch 9 HP, das hätten und das später 6 Abzug heißt, der ist eigentlich so nicht sterben dürfen ja doch und warum kann ich deine Sachen nicht einsammeln? aber... dann geh weg, geh mir alles wieder ja, komm gleich machen, wenn wir jetzt erstmal einen Screen-Shot machen können, weil die Folge ist dann schon überfällig jetzt komm mit, stell dich hier hin dann packen zurück ja, weißt du... wir machen keinen Screen-Shot mehr so, Slash tschüss ja, sehen wir uns beim nächsten Mal tschüss tschüss und hier siehst du ihn auf dem Button, wo du dich kostenlos abonnieren kannst und das letzte Video schau mal heim, tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal